Hallo! Hallo! So, ihr lieben Leute, wir sind jetzt gerade auf dem letzten Teilstück nach Antalya. Wir hatten die letzten zwei, drei Tage ein bisschen Regen auf dem Weg von Istanbul hier runter. Aber heute? Genau, strahlt die Sonne. Zur Feier des Tages strahlt die Sonne, dementsprechend strahlen auch wir. Perfekte Ankunft. Ja, wir sind jetzt circa eine Stunde entfernt von Antalya. Wie ihr wisst, waren wir jetzt zwei, drei Monate nach unserem letzten, wie lange waren wir? Sechs Monate, oder? Fünfeinhalbmonatigen Trip. Genau, wir wissen es gar nicht, was wir haben. Ein paar Monate waren wir auf jeden Fall unterwegs. Ein paar Monate unterwegs waren wir jetzt in Österreich. Genau, waren wir circa zwei Monate zu Hause in Österreich. Und da haben wir die ganzen Vorbereitungen gestartet für unsere Reise oder eigentlich Auswanderung in die Türkei nach Antalya. In der Zeit hat sich jetzt auch einiges getan, auch einiges Unerwartetes. Wie ihr vielleicht einige von euch ja schon wissen oder mitbekommen habt, haben wir diesmal auch ein Kamerateam, ein Fernsehteam dabei. Ich habe gerade geschaut, weil die fahren gerade vor uns. Ja, wir haben heute hier Drehtag. Aber da kommt dann in der nächsten Zeit sicher mehr und nähere Infos. Jedenfalls haben wir jetzt mal alles organisiert, was sehr viel Behördliches auch abzuklären. Was wir zumindest von Österreich aus klären konnten. Aber wir haben ja Glück. Wollte ich sagen, weil wir haben ja jemanden vor Ort in Antalya kennengelernt. Den Sedi und seine Family. Die wirklich... Liebe Grüße, Sedi. Wir freuen uns, wir sind gleich da. Ja, also die uns da wirklich sehr, sehr, sehr viel geholfen haben, auch was sie so organisieren. Organisatorische betrifft, Wohnung checken und so weiter. Also ein großes Dankeschön an Sedi, Jasmin und Hertha Family. Ja, und genau, wir sind jetzt gleich dann vor Ort. Könnt dann selber ins Geschehen eingreifen. Dann geht's ab morgen oder ab heute? Keine Ahnung. Ab heute geht's endlich los. Los mit behördlichen Ämtern, Abklappern, Jobs, Aufenthaltsgenehmigung und so weiter und so fort. Wir freuen uns. Es kommt einiges auf uns zu. Auf euch auch. Wir werden euch am Laufen halten. Es ist auch geplant hier in die Selbstständigkeit ein bisschen einzusteigen, ein bisschen auf die Beine zu stellen. Aber da werden wir dann zu gegebener Zeit auch Updates geben. Wenn's soweit ist. Jawoll. Na passt. Niko, gibt's von deiner Stelle auch was zu sagen? Nö. Tschüss. Perfekt. Tschüss. 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 debate. magnetic realm geht's. Yas.